So, haben wir versprochen, starten wir direkt beim Haus hier oben weiter. Weil das dauert sonst viel zu lange, ich will dir noch zeigen, wie ich hier wieder hochrenne. Down. So, jetzt helfen wir Nubnut, seine Eicheln wiederzuholen. Hallo du Bär, ich brauche noch sechs leckere Eicheln, bevor der Winter kommt. So, ein Quatsch. Er braucht sechs Eicheln? Für den Winter? Brauchen wir natürlich ein bisschen mehr. Na egal, wir junglen hier erstmal rein. Weil hier ist eine dieser Eicheln. Und da Wasser, total ungenießbar, aber ist egal. So, eine haben wir. So. Und die anderen fünf sind hier auch genau in der Nähe. Also brauchen wir sich keine Sorgen machen. Ey Mann, noch nicht. So. Ach je. Jetzt ist ja halt auch wieder so toll hier. Weil ich hier schön abkratzen kann. Hopp. Juhu. Ach, geil. Okay, das hat ausnahmsweise mal geklappt. Ist ja nicht die Regel bei mir, dass sowas klappt. So. Man dreht doch mal die Kamera. Ist ja eine Zumutung hier. So. Und eine Eichel hat ein Nubnut eigentlich schon. Boah, sie ist in seinem Haus drinne. Und er checkt es nicht. Dieser Trottel. Oh, der Raub ist hier auch noch drinne. Schon 14 Rauben. Wir brauchen nur bis 10. Egal. Noten. Und komm her. So, geil. So, du Spacken. Da hast du. Eins. Zwei. Drei. Ah, ich trinke mal einen Schluck. Guck mal. Super, so komm ich gut über den Winter. Mit sechs Puzzleteilen. Äh, mit sechs Eicheln. Ist schon klar. So. Fährt uns jetzt bloß noch der Adler da oben. Wow. Ah. Wow, habt ihr erst gesehen? Das war ja mal richtig knapp. Hopp. Wow, mein Arsch. So. So, schön die Tür aufmachen. So, jetzt können wir auch in den Winter. In unser letzten Abteil. Ähm, aber erstmal den kleinen hier für dann. Und Noten einkassieren. Noch eine Raupe. Gibt's ja gar nicht. So, ich hoffe, den Rest der Noten findet man in der Winterwelt. I go. 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 Noch ein bisschen dauernd. Oh, ist er wieder da? Weihnachtsschokolade. Hm, hm, hm. Geil. So, der Typ ist jetzt auch satt. Und fett. Bald bin ich ein großer Arter. Und er pennt. Und er pennt erstmal eine Runde. So, jetzt kriegt er aus Sicherheitsgründen nochmal hier hoch. Weil ich nicht mehr weiß, ob da wirklich keine Noten mehr sind. Für den Fall, dass da noch welche sind, wäre das ganz schön mies. Aber ich glaube, hier sind keine mehr. Bloß noch eine blöde Raupe. Und Mumbo-Schädel. Oh nein, jetzt habe ich 21 gesammelt. Och man, ich wollte ja bloß noch, dass ich 20 habe. Scheiße. So, wir spacken Noten. Nichts. Raus hier. Auf in den Winter. Hm. Dann gehst du einfach runterjumpen, will ich jetzt nicht. Das muss auch wehtun. Dann jump ich hier runter. Yeah. Zack. War doch ganz einfach. So, raus hier. Dann ist Banjo-Kazooie auch bald beendet, ey. Und dann kann ich mein neues jetzt Play anfangen. So. So. Winter Wonderland Teil 3. So. Alle tot hier. Alles ausgestorben und verreckt. So. Ach ja. Wow. Autsch. Ey, hab ich ja gar nicht gesehen. Invisible. Oh shit. So, ich flieg erstmal eine Runde rum, war, um mir einen Überblick zu verschaffen. Und du, Typ, störst. Lachen wir nicht so scheiße. Bats. Voll aufs Maul. So, doch komm, wir erledigen gleich mal den schweren Part. Indem wir eine Runde abtauchen. Ich geb' mein bestes. Ja, ja. Tauche ruhig in das Eiswasser hinein. Deine Luftreserven werden bald am Ende sein. Ja, schöne Scheiße, ey. So. So. Boah. Ups, normalerweise bekomm ich um die Zeit keinen Besuch. Ja, weil du bekommst nie Besuch, gibst zu. So, schnell raus hier, Alter. So, hier kriegen wir unsere letzten beiden Puzzleteile. Vom Adler und dem letzten Jinjo. So, okay. Jetzt ganz vorsichtig hier raus. Na, komm. Ach, puh, geschafft. So. Zum Mumbo. Dann nimm'n. Jetzt hat er nur eine Flugplatte, dann holen wir uns den Hexenschalter und fliegen so und so hin und fliegen überall hin. So. Hup. Jetzt komm ich ja auch rauf. Hup. Natürlich nicht. Hup. 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 Verdammt, wie komm ich denn jetzt rauf? Ach, ich flieg da einfach rauf. Aber erst mal Noten gucken. Ach ja. Noten? Ne, nur Federn. Mumbo ist im Urlaub. Kannst du die Typen auch einfach umbringen. Ach, Mann ey, so ein Mist. Und komm her, ja. Sind wir cool oder was? Oh, yeah. Oh, won. Danke. So. Dann fliegen wir mal wieder eine Runde. Und der Schneemann guckt scheiße und deswegen kriegt er aufs Maul. Oh, noch nicht. Oh, fuck. Jetzt aber. Oh, wats. Volltreffer in die Fresse. Der hat aber gesessen. Hehehe. Und du verpiss dich auch, alter. Wats. Ah ja, hier sind noch Noten. Das ist schon mal gut. Oh, ich höre den Adler. Habt ihr den auch gehört? Uah. So, ich habe die letzten 14 Noten kriege ich hier noch. Ich weiß noch, wo Noten sind. Oben auf dem Dach des Holzhauses. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wo die sind. Na, mal gucken. Das passt schon, Alet. Im Winter ist die Gegneranzahl rapide minimiert. Aua. Ey, ich habe dir doch voll geschnäbelt. So, du hatten. Da-rei. Was da-rei. Hup. Gubbeln. Hup. Ta-ah. Hup. Ach nee, ich habe gerade Yoshi nachgemacht. Egal. Warte, ist hier oben Schneemann? Nee. Wollte schon sagen. Uah. Mann. Komm schon, Bencho. Neutraben. So, jetzt muss ich hier ganz schnell. Hup. Und schnell. Ach, so. Na toll. Noch acht Noten. Äh, die sind aber hier irgendwo, oder? Wenn nicht, dann muss ich irgendjemanden umbringen. Und der Schneemann lacht sich eins. Hey, das Sechenschalter. Den holen wir uns mal noch schnell. Hup. Oh, oh. Mann, ich sehe noch. Oh, 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 oh. Wow, wow, wow. Wow. Geile Sache. Das letzte Puzzleteil in der Hexenwelt. So. Gut. Und dann gehe ich runter und fliege nach oben wieder. So, hoffentlich sind hier noch Noten, ey. Wow. Alter, du verdammter Wichser. Hätte er mich beinahe geplättet. So, Hausfriedensbruch. Oh, geht ja gar nicht. Nur über die Scheibe. So. Alles klar. Und hier drinnen, während er mit seinem Paul Panther pennt, beende ich meinen Part und wir sehen uns in der nächsten Part wieder. Alles klar? Ciao. Ciao.